Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Wieder mal eine Woche lang Doppelt-Kampagnen-Währung. Diesmal für die Kampagne Tyranny of Dragons. Wer also noch was in der Kampagne zu erledigen hat, der sollte viel Zeit in der nächsten Woche in den Kampagnengebieten zubringen und die Aufgaben erledigen. Denn jede Aufgabe gewährt euch die doppelte Menge an Kampagnen-Währung. Wer die Kampagne schon durch hat, kann danach aber trotzdem noch ein paar lustige Schlüssel mit der Kampagnen-Währung bauen. Also insofern ran an die Drachen. Bis dann, tschüss.